Also Ladies and Gentlemen, wir packen hier direkt vor Franky Wernerts Bude, wie es scheint. Und jetzt, im Mai, geht's los mit fast einer voll intakten Schutzweste, vollem Leben. Joa, wir gehen jetzt in das Auto rein und gehen wieder in Deutschland, wo wir vorher hin sollten. So lasse ich mich nicht behandeln. Dachte Franky, er hätte dich da draußen zum Geld eintreiben. Ich will hier eine Hand finden, um mich um auszuschreiten. Suche ich mir einen neuen Beruf. Vielleicht ist er da lang. Scheiße, scheiße, genau. Bam. Oh, und schon hat er sich ausgezogen, oder was? Och nö, ne? Habe ich wieder etwas Aufmerksamkeit erregt, oder was? Zack, du kannst mich mal. Immer diese Leute, die im Weg rumstehen, unglaublich. Mann. Allmächtiger, weg hier! Oh, jetzt muss ich wieder alle umlegen. Lassen Sie mich einfach in Ruhe! Doch langweilig. Der hat nur noch 26 Schuss. Na gut. Gehen wir halt hier den Weg entlang. Gleich geht's dir an den Kragen! Nein! Nein! Wir sind unter Beschuss! Wir sind unter Beschuss! Wir sind unter Beschuss! Na verdammt! Nein, Ruhe Verstärkung ist angekommen, schon klar. Was war denn das für ein billiger, billiges Gerät hier? Meine Fresse! Jetzt kriegst du's mit mir zu tun! Ja! Zurück an die Arbeit! Wir haben schon, wo ist er denn? Komm schon, wo ist er denn? Verdammt euch diesen dämlichen Hurensohn! Wow! Zack! Schnell den Pumpgun nehmen! Nur für den Fall! Darauf warte ich schon nicht! Ähm! Schatz mich! Nächstens ist die KI nicht so dumm und umgeht mich nicht! Oder was auch immer der Fall! Wir gehören euch Jungs! Ich muss ihn mal wieder hoch! Oh! Ziem Düpen! Ich schieße auf das Arschloch! Ich verfiss mich! Ich bin verdammt! Von unseren Jungs gekillt! Wir haben einen Gast! Ja, bitte bis unten! Ich geh nach vorne! Ich rauf dich hinter ihm! Muss doch reichen, meine Fresse! Ich seh ihn! Da ist der! Nööööööö. Die Scheiße ist da. Nein, der ist er. Er schießt auf uns! 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 BAM! In your face! Komm schon! Einen Schuss und weg! Den geilsten Scheiß haben wir ihn zu verdanken! Ah, fuck! Komm schon, Arsch! Scheiße, ihr könnt ihn haben, wenn ich fertig bin! Arsch! Immer schön nachladen! Das ist der Bescheid! Habe ich noch ein bisschen Adrenalin? Yeah, sehr schön! Uh, ei, ei, ei! Na, was machen wir? Oh, zack, zerrab! Na gut! Das war's dann wohl, wahr? Na gut! Tja, kann man nichts machen. Uh, deutsch-lose hohe Geschweigeangestündigkeit, da stehe ich drauf. Zack, zerrab! Jetzt mein Crip noch. Alle verfügbaren Männer zur Innenstadt, jetzt oder nie. Genau. Dementsprechend sage ich jetzt als D.